Frauen und Männer haben eines gemeinsam. Sie alle, also wir alle, sind Menschen. Doch beim Bergsteigen waren Frauen lange Zeit im Hintergrund. Nachweislich gab es Frauen in den Bergen immer schon, doch im 19. und 20. Jahrhundert mussten sie es geheim halten. Heute geht es um eine Frau, die nichts geheim zu halten hatte und gleichzeitig die Welt des männlich dominierten Bergsteigens endlich wachrüttelte. Willkommen zu Legenden im Porträt, heute mit Junko Tabei. Junko Tabei Junko Tabei, eine Frau, deren Name nur sehr wenigen wirklich ein Begriff ist, aber für das Bergsteigen so wichtig war, wie viele andere männliche Bergsteiger zusammen. Doch wer war Junko Tabei eigentlich und was machte sie so unglaublich wichtig? Junko Tabei wurde am 22. September 1939 als Junko Ishibashi in Miharu in der Region Fukushima in Japan geboren. Mit sechs Geschwistern galt es mit geringen Mitteln der Familie den Alltag zu bestreiten. Mit zehn Jahren entdeckte Junko das erste Mal die Berge. Im Zuge eines Schulausflugs ging es mit der Klasse auf den Mount Nasu. Und hier wurde Junko Tabei, die Schönheit der Berge, erstmals klar. Doch Bergsteigen ist in Japan ein teures Hobby gewesen. Die Anreisen, die Ausrüstung, das alles war nicht gerade erschwinglich. Für Junkos Familie also keine Option. Deshalb blieb es für Junko Tabei bei nur wenigen Bergbesteigungen in ihrer Jugend. Auf der Universität trat sie einem Bergsteigerclub bei, wurde zu einer besonders starken Kletterin und lernte ihren künftigen Mann kennen. Doch selbst als begabte Bergsteigerin hatte es Junko Tabei keineswegs leicht. Viele männliche Bergsteiger weigerten sich mit ihr in die Berge zu gehen. Ihr fehlte es an Partnern für spannende Projekte. Außerdem wurde sie von den Männern oft verachtet und schlecht behandelt. Deshalb tat sie etwas Wichtiges. Sie gründe den Yoshituhan Club, einen Bergsteigerclub, quasi sowas wie ein Verein, ausschließlich für bergsteigende Frauen. Um einen respektvollen Austausch und ein Sammelbecken für entsprechende Touren zu erschaffen. Unter dem Motto, let's go on an overseas expedition by ourselves, also lasst uns selbst auf Übersee-Expeditionen gehen, ging es mit ihrem Club 1970 zur Annapurna. Über eine völlig neue Route über die Südseite erreichten sie als erstes Frauenteam die Annapurna 3. Durch die Annapurna-Expedition zeigte sich, dass die kulturellen Entwicklungen in Japan den Frauen im Sinne des Bergsteigens schaden. Denn das Schweigen und das Unterdrücken von Unsicherheit war im Bergsteigen lebensgefährlich. Zusammenarbeit und Hilfe absolut essentiell. Hiroko Hirakawa und Junko Tabei hatten nach ihrem Erfolg an der Annapurna Höhenluft geschnuppert und bewiesen, dass Frauen genauso stark im Höhenbergsteigen sind wie ihre männlichen Kollegen. Das hatte für sie eine logische Konsequenz. Sie wollten die ersten Frauen auf dem höchsten Berg der Welt sein. Sie wussten, das muss möglich sein. Zu Beginn hatten sie mit dieser Idee aber stets Probleme. Man sagte ihnen immer wieder, dass sie doch einfach Kinder kriegen sollten und diese großziehen. Zwei der insgesamt 15 Frauen, die letztlich zu Mount Everest aufbrachen, waren auch schon Mütter, darunter auch Junko Tabei. Die Kritik war also da und die Sponsorensuche verlief dementsprechend nicht so gut. Eine Zeitung und ein TV-Sender unterstützten letztlich die Expedition, jedoch mussten alle Teilnehmerinnen nochmal 1,5 Millionen Yen beisteuern. In Japan eine ganze Stange Geld, für das dann viel gearbeitet und gespart wurde. Doch sie schafften es zum Everest. Die Expedition startete, doch am 4. Mai 1975 erfasste das Team eine Lawine auf 6.300 Metern Höhe in ihrem Camp. Auf dem Weg über die Südroute, die auch Hillary und Norgay nahmen, gehen immer wieder spontane und unvorhersehbare Lawinen ab. Und nur durch Glück überlebten die Teilnehmer in dieser Expedition, da nicht alle vollständig verschüttet wurden. Junko Tabei wurde von einem Sherpa ausgegraben und war bewusstlos. Für die verletzte und erschöpfte Tabei schien die Expedition damit vor dem Aus zu stehen. Zwei Tage lang erholte sich die Bergsteigerin, um dann, als sie wieder halbwegs laufen konnte, den erneuten Aufstieg zu beschließen. Eine Entscheidung, die in Anbetracht der Umstände absolut unglaublich ist. Zwei Frauen und ein Sherpa sollten eigentlich den Gipfel erreichen. Doch durch die Höhenkrankheit gab es bei den Sherpas logistische Probleme. So war es einfacher, nur eine Frau auf den Gipfel zu schicken, mit einem Sherpa. Ausgewählt wurde dafür Junko Tabei. Sie und ihr Sherpa erreichten am 16. Mai 1975 den höchsten Punkt des Planeten, den Gipfel des Mount Everest. Zwölf Tage, nachdem sie bewusstlos unter den Schneemassen einer Lawine lag, feiert sie den Gipfelerfolg. Besonders interessant war jedoch sowohl davor als auch danach ihre Philosophie des Bergsteigens. Denn ihr erinnert euch sicher noch, als ich sagte, das hatte für sie eine logische Konsequenz. Sie wollten die ersten Frauen auf dem höchsten Berg der Welt sein. Doch so ganz stimmt das gar nicht. Sie wollten einfach nur auf den höchsten Berg der Welt. Junko Tabei war der Ruhm der weiblichen Erstbesteigung nämlich eigentlich gar nicht so genehm. Nach dem Erfolg am Everest wurde sie mit Ruhm überflutet. In Kathmandu wurde sie als Heldin gefeiert und international war sie in aller Munde. Doch selbst sagt sie, dass sie lieber als 36. Mensch auf dem Everest in Erinnerung bleiben möchte und nicht als erste Frau. Junko Tabei bewies damit, ihr geht es tatsächlich einfach nur um den Bergsport. Alles andere, der Ruhm, die Aufmerksamkeit, das sind nur Nebenwirkungen. Doch die spannenden Herausforderungen und Bucketlists zogen sie dennoch an. So bestieg sie 1980 den Kilimanjaro, 1988 den Denali, 1989 den Elbrus, 91 den Mount Winston und 1992 den Punshak Yaya. Sie wurde dadurch auch die erste Frau, die jemals die Seven Summits bestieg. 44 Mal war Junko Tabei Teil von rein weiblichen Expeditionen. Ihr persönliches Lebensziel, den höchsten Berg eines jeden Landes auf der Welt zu besteigen, das konnte sie leider nicht erreichen. Aber immerhin schaffte sie innerhalb dieser Liste ganze 70 Gipfel. Sie verzichtete nach dem Everest stets auf externe Sponsoren, wollte immer alles unabhängig und allein selbstfinanziert machen, vermutlich um zu zeigen, dass eine Frau aus armen Verhältnissen im späten 20. Jahrhundert in Japan definitiv nicht auf Almosen angewiesen ist, sondern stärker und selbstständiger und unabhängiger als viele Männer sein kann. All das machte Junko Tabei nicht nur zu einer extrem außergewöhnlichen Frau, sondern zu einem extrem außergewöhnlichen Menschen. Und bei diesen Dingen blieb es nicht. Als 2011 das schreckliche Erdbeben für die Nuklearkatastrophe in Fukushima sorgte, wollte auch hier Junko Tabei einen Beitrag leisten. Sie führte Schülerinnen und Schüler regelmäßig auf den Mount Fuji, um ihnen eine Freude zu bereiten und sie zu betreuen. 2012 wurde bei Tabei Krebs diagnostiziert. Im Juli 2016 hat sie trotz ihrer Krankheit eine Tour auf den Mount Fuji geführt. Im Oktober 2016 starb sie im Krankenhaus im Alter von 77 Jahren. Sie hinterließ eine Tochter und einen Sohn. Junko Tabei war eine herausragende Bergsteigerin, die im Höhenbergsteigen große Leistungen vollbrachte. Doch die wahren Leistungen waren ihre gesellschaftlichen. Ihre Besteigungen lösten bei bergbegeisterten Frauen mehr aus, als nur Bewunderung für eine Frau auf dem Everest. Und trotz all dem war Junko Tabei nicht überheblich, sondern blieb bis zu den letzten Tagen eine bescheidene, selbstständige und unabhängige Bergsteigerin und Frau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst ein Kanal-Abo nicht. Das hilft mir sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.